Das ist Mode von AID. Unsere Stoffe sind ökologisch korrekt. Das reicht uns aber nicht. Wir produzieren fair. Das reicht uns aber nicht. Unsere Mode ist vegan. Das reicht uns aber nicht. Wir sind kein Modelabel. Wir sind eine Moderevolution. Was wir anders machen? Wir stellen das System auf den Kopf. Normalerweise ist der Kunde das Ende der Kette. Ein T-Shirt wird produziert, transportiert und am Ende gekauft. Bei uns ist der Käufer der Beginn einer Hoffnungsgeschichte. Durch seinen Kauf empowert er den Näherinnen, die faire Jobs, Bildung und eine Zukunft bekommen. Wie wir das konkret machen? Wir arbeiten mit einer sozialen Nähwerkstatt in Indien zusammen. Dort bekommen Frauen mit einer schweren Vergangenheit eine neue Perspektive. Sie werden rundum betreut, arbeiten in einem liebevollen Umfeld und erhalten sogar die Möglichkeit, einen Schulabschluss nachzuholen. Sie werden ermutigt, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und in eine hoffnungsvolle Zukunft zu starten. All das wird ermöglicht durch deinen Kauf. Wir glauben, dass du nicht nur Kunde bist, sondern ein Möglichmacher. Empower your Dressmaker. Das ist unsere Fashion Revolution.